Hallo meine werte Community und damit herzlich willkommen zu einem Video an einem ungewohnten Tag. Und zwar gibt es für euch nochmal kurz vor dem Wochenende eine Geschichte, bevor wir uns am Sonntag wiedersehen. Ja, ich denke so kann man den Start ins Wochenende versüßen und am Sonntag sehen wir uns auch nochmal. Ja Leute, gruselige Geschichte, um euch glücklich zu machen. Ich bin wieder da, ich bin motiviert. Und ja, hoffe, dass es euch gut geht, wünsche euch ein wundervolles Wochenende, ein erholsames Wochenende. Für die, die arbeiten müssen, eine stressfreie Schicht und ja Leute, mehr bleibt doch gar nicht zu sagen. Drückt die Däumchen nach oben, um mich zu supporten. Ansonsten sehen wir uns wie gewohnt in den Kommentaren, wenn ich alles beantworte. Und ja Leute, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Geschichte. Auf eine schlaflose Nacht, die Bösewichte. Ich hätte nie gedacht, dass ich die erschreckende Realität aufdecken würde, die ich erlebt habe. Nun, ich bin mir bewusst, dass ich durch die Veröffentlichung dieses Dokuments wahrscheinlich Ärger mit meinen Vorgesetzten bekommen werde. Es sind mächtige Leute, die über die Mittel verfügen, meinen Ruf zu zerstören. Sie könnten sogar mein Leben beenden und es wie einen Unfall oder einen ungeklärten Mord aussehen lassen. Aber das ist mir egal. Sollen sie doch hinter mir her sein. Ich muss diese Informationen an die Öffentlichkeit bringen. Das bin ich der Menschheit schuldig. Wie dem auch sei, mein genauer Titel war physikalischer Ozeanograph. Die meiste Zeit meiner Karriere war ich in der NASA-Zentrale tätig. Zu meinen Aufgaben gehörte es, die von Satelliten gesammelten Informationen zu lesen. Auch half ich bei der Kartierung des Ozeans und überprüfte alles, vom Meeresspiegel bis zum Salzgehalt. Ich war es gewohnt, dass meine Augen glasig wurden, wenn ich Freunden von meiner Arbeit erzählte. Dennoch fuhr ich ab und zu auf einem Forschungsschiff namens Pulver hinaus. Viele in meinem Beruf wären in einem Raum mit Stapeln von Fotos aus dem Weltraum zufrieden gewesen. Aber ich wollte draußen im Feld sein. Ich meldete mich freiwillig, wo immer sie mich hinschickten, denn ich war noch jung, unverheiratet und kinderlos. Das Reisen war ein willkommenes Privileg der Arbeit. Ich hatte nicht erwartet, dass ich auf eine namenlose Insel reisen würde, die meine Kollegen als Todesacker bezeichneten. Ich konnte nicht vorhersehen, was ich als nächstes sehen würde. Mein Chef rief mich in sein Büro. Sein Name war Robert Barr. Seine berufliche Behausung war ein sauberer Raum mit einem marmor-weißen Schreibtisch. Der gesamte Raum bestand nur aus Glas mit NASA-Logos. An diesem Tag schien etwas mit seinem Verhalten nicht in Ordnung zu sein. Ich würde bald herausfinden, was ihn bedrückte. Sagen Sie mal, wären Sie bereit, auf eine Insel mitten im Pazifik zu gehen? Ich nahm Blickkontakt mit ihm auf und beobachtete, wie angespannt er wirkte. Seine Haut war blasser als sonst. Ich vermutete, dass er die Nacht zuvor nicht geschlafen hatte. Er war zappelig. Aber natürlich, sagte ich. Ich habe Ihnen schon immer gesagt, dass ich überall hingehen werde, wo Sie mich brauchen. Sagen Sie mir nicht, was Sie denken, dass ich hören will! Sagte er und schlug mit der Hand auf den Schreibtisch. Die Mitarbeiter, die auf dem Flur vorbeigingen, warfen einen Blick hinein, als sie seinen plötzlichen Ausbruch hörten. Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück, als das Geräusch des Aufschlags seiner Handfläche im ganzen Raum wiederhallte. Das ist sehr ernst, sagte er, während er sich den Schweiß von der Stirn wischte. Es geht nicht nur um die NASA. Es betrifft Teile der Regierung, mit denen wir normalerweise nicht zusammenarbeiten. Der Heimatschutz, um nur einen zu nennen. Dies wird nicht in Ihrer Komfortzone liegen. Das wird eine Herausforderung für Sie sein. Wenn Sie mit einer positiven mentalen Einstellung zurückkommen, wird es eine Beförderung geben. Das ist eine große Gehaltserhöhung. Und Sie wird Ihre Zukunft hier auf eine Weise sichern, wie es keine andere Aufgabe kann. Darf ich fragen, was das mit sich bringt, wenn es nicht zu meinen typischen Aufgaben gehört? Das werden Sie bei Ihrer Ankunft erfahren. Aber lassen Sie mich Ihnen ein paar Details nennen. Sie werden Formen des Meereslebens identifizieren. Sie werden bestimmte Lebensformen studieren, die auf dieser Insel und in Ihrer Umgebung vorkommen. Das Stückchen Land in diesem Archipel wird seit dem Kalten Krieg vollständig vom US-Militär bewahrt. Sie wissen das vielleicht nicht, aber Leute in Ihrer Position haben das sterbende Phytoplankton untersucht. Zu dieser Zeit war die Paranoia gegenüber den Sowjets sehr groß. Sie gingen davon aus, dass die Russen das Leben im Meer getötet haben könnten. Hat Ihnen das schon einmal jemand gesagt? Ähm, nein. Damals wusste ich nicht, warum er mir das erzählte, aber später erfuhr ich, dass er damit eine Warnung ausdrücken wollte. Es war indirekt, aber ich hätte es trotzdem mitbekommen müssen. Eine lange Pause entstand zwischen uns. Es wird Geheimhaltungsvereinbarungen geben, die Sie unterschreiben müssen. Sie dürfen niemandem etwas von dem erzählen, was Sie sehen werden, wenn Sie dort ankommen. Das gilt unabhängig davon, ob es sich um etwas Weltliches oder um etwas aus einer anderen Welt handelt. Seine Formulierung kam mir seltsam vor. Ich hätte in diesem Moment die roten Fahnen sehen müssen. Ich spekulierte innerlich darauf, dass er wegen möglicher Probleme zu Hause in gereizter Stimmung war. Es war im Hauptquartier bekannt, dass er eine Scheidung durchmachte. Also, sind Sie dabei? Nochmals, ja. Wir schüttelten uns die Hände und ich unterschrieb den notwendigen Papiergramm. Es war der größte Fehler meines Lebens. Das Schiffpulver war 83 Meter lang und 16 Meter breit. Es hatte vier Decks. Im Inneren befanden sich hochmoderne Computersysteme und Navigationsgeräte. An dem Tag, an dem ich das Schiff betrat, sah ich zwei andere Besatzungsmitglieder. Er war Kapitän. Er war ein erfahrener Seemann, von dem ich wusste, dass er einen umfangreichen und beeindruckenden Hintergrund bei der Marine hatte. Sein Name war Hugh Rockwell. Der zweite war ein Mann, den ich schon einige Male getroffen hatte. Teddy Strickland. Er lächelte und versuchte mir, einen freundlichen Klaps auf den Arm zu geben. Ich habe die Wärme nicht erwidert. Tatsache ist, dass Strickland in der Gemeinde gut bekannt war, aber nicht auf positive Weise. Er ist ein Pseudowissenschaftler. Er glaubte an New Age Konzepte. Das garantierte ihm die Aufmerksamkeit auf dem History Channel. In den ausgefalleneren Dokumentarfilmen, die Kiffer gerne sehen, war er im Abspann zu sehen. Er war nicht als zuverlässige Quelle für Innovationen in unserem Bereich bekannt. Strickland konnte sich nur dadurch Geltung verschaffen, dass er eine Art One-Hit-Wonder war. Er baute ein spezielles Gerät, das bei der Partikelentnahme half. Diese Erfindung war damals für viele von uns eine große Hilfe. Ich konnte allerdings nicht verstehen, warum man mich mit ihm zusammenbringen wollte. Das ärgerte mich. Im nächsten Moment zwang ich mich zu einem Lächeln und versuchte mich daran zu erinnern, dass ich nicht zu eng mit ihm zusammenarbeiten musste, denn ich konnte mein eigenes Ding am anderen Ende des Schiffes machen. Ich würde mich in meiner Kabine einschließen und auch ohne seine Einmischung nützlich sein. Sobald wir auf See waren, ging ich auf eines der Decks und stützte mich mit den Ellbogen auf die Reling. Das schimmernde Leuchten des Wassers im Licht der untergehenden Sonne ließ mich in Ehrfurcht erstarren. Das Plätschern der Gehzeiten erinnerte mich daran, warum ich mich entschieden hatte, dies zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Sie hätten Fische werden können, wenn sie den ganzen Tag auf das Meer hätten starren wollen, sagte Strickland. Er grinste breit und stieß mich mit dem Ellbogen in die Seite. Wir waren noch nicht einmal eine Stunde vom Steg weg gewesen und nach diesem Satz stellte ich mir vor, ihn über Bord zu werfen. Ich sehnte mich jetzt schon danach, ihm beim Ertrinken zuzusehen, während ich auf ihn zeigte und über seinen einsamen und langsamen Untergang lachte. Kommen Sie mit mir rein, sagte er und deutete auf die Mittelkabine. Ich muss Ihnen ein paar Bilder zeigen. Sie wollten, dass ich es tue. Ich betrat den Raum nur widerwillig. Verrostete und verfaulte Kompasse säumten die Arbeitsflächen. Auf einem Tisch lag ein Stapel Papiere. Bei näherer Betrachtung sah ich, dass es sich um schwarz-weiße Luftaufnahmen handelte. Sagen Sie mal, was ist denn diesem Foto so bizarr? Als ich es gegen das Licht hielt, sah ich die Anomalie, auf die er sich bezogen hatte. Es war ein Bild von einem flachen Teil des Ozeans in der Nähe der Insel. Doch da war etwas unter dem Wasser, nahe der Küste. Es hatte die Form eines Gesichts. Es hatte gezackte Zähne und Augen, die dreieckig geformt waren. Ist das nicht seltsam? Fragte Strickland. Oh, ähm, ich würde sagen, es ist eine Art dämonisches Wesen oder so, sagte ich. Also, wenn ich ehrlich bin, Hippies haben eine Art Wolkensicht, wo sie alle möglichen Dinge sehen. Manche sehen in einem Rohrschacht-Test eine Million verschiedene Dinge. Ohne einen ausgebildeten Psychologen, der uns etwas über unsere Psyche erzählen kann, bedeutet das gar nichts, meiner Meinung nach. Hm, sicher, sagte Strickland. Aber ich habe Ihnen noch nicht gesagt, was ich gesehen habe. Es ist genau das Gleiche. Es waren vier lange Tage des Däumchendrehens und des Wartens auf die Ankunft an unserem Ziel. Die Luft wurde kälter, während ich aufgrund der Region, in der wir uns befanden, Feuchtigkeit erwartet hatte. Das verwirrte mich. Doch ich wollte mich nicht in Spekulationen über die Wetterverhältnisse im Zeitalter der globalen Erwärmung verlieren. Die Insel kam in Sicht. Ihre Halbmondform war sichtbar. Viele Rosenholzbäume und wilde Linden säumten die Landschaft. Es war beruhigend, wieder Land zu sehen. Auch wenn ich wusste, dass die Elemente fast jeden umbringen würden, wenn man lange Zeit allein auf der Insel bliebe. Dann sah ich nach unten. Dort gab es Unmengen von gelblichen Algen. Ich hatte noch nie zuvor Setan gesehen, der einen so goldenen Farbton hatte. Er hatte ein ungesundes, fast radioaktives Aussehen. Dann sah ich einen großen Riff Fisch in das Labyrinth aus Abschaum schwimmen. Was ich dann sah, verschlug mir den Atem. Die gelben Algen waren zum Leben erwacht und hatten sich um den Fisch gewickelt. Es war, als hätte die Alge ein Bewusstsein und wäre eine Art Wesen mit scharfen Tentakeln. Der Fisch verwandelte sich in eine Wolke aus Fleisch und Blut. Der Geruch schlug sofort zu. Ein Hauch von verwesenden Eingeweiden wehte mir entgegen, vermischt mit der Salzlake. Ich drückte mir die Nase zu und hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Strickland kam perplex heraus und sah mich an. Was ist denn los? Nichts. Nichts. Ich verzichtete darauf, ihm die Wahrheit zu sagen. Strickland glaubte an Außerirdische, die unsere Ozeane mit kosmischer Fremdtechnologie verseuchen. Dennoch würde er mich als Spinner bezeichnen, wenn ich ihm sagen würde, dass Algen empfindungsfähig werden. Der Vorfall beunruhigte mich den Rest der Nacht und ich schlief überhaupt nicht mehr. Am nächsten Morgen kroch ich erschöpft aus dem Bett. Ich zog die Jalousien vor meinem Fenster zurück und starrte hinaus auf die Insel. Irgendetwas an der Art und Weise, wie sich die Bäume im Wind wiegten, schien mich zu locken. Ich sehnte mich danach, an den Stränden der Insel zu sein und sei es nur, um wieder auf dem Boden zu laufen. Als ich auf die Küste hinausblickte, sah ich Rockwell. Er tauchte aus dem Dschungel auf. Er hatte sich ein halbautomatisches Gewehr auf den Rücken geschnallt. In der Hand hielt er eine Feldflasche und einen Holzklotz. Ich vermutete, dass es sich um einen Knüppel oder eine Art Waffe handelte. Er stieg in ein hellblaues Kajak und machte sich auf den Weg zurück zum Pulver. Als er an Bord war, ging ich zu ihm hinauf, nachdem ich mir eine Tasse Instant Kaffee geholt hatte. Schauen Sie über die Reling und sagen Sie mir, ob Ihnen etwas am Boden des Schiffes auffällt, sagte Rockwell. Ich tat wie ihm geheißen und bemerkte, wie die gelben Algen begannen, nach oben zu wuchern. Es war, als ob sie versuchen würden, unser Zuhause auf dem Meer mit ihrer netzartigen Struktur zu bedecken. Sie schienen dies nur zu tun, wenn wir schliefen oder beschäftigt waren. Ich werde Strickland bitten, ein Stück davon zu nehmen und zu sehen, was wir darüber herausfinden können, wie es sich ausbreitet. Dann sollten Sie ihn jetzt wecken. Also dürfen wir da rausgehen? Fragte ich, während ich auf die sandige und grüne Landschaft deutete. Unser Chef sagte, ich solle Ihnen sagen, dass es nicht ratsam sei. Sie vertrauen mir, dass ich da rausgehe, weil ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe. Jemand, der den ganzen Tag durch ein Mikroskop schaut, vielleicht nicht. Nichts für ungut, Kleiner. Hey, ich brauche Sie, um etwas zu analysieren, das ich gesammelt habe. Er setzte den Holzklotz ab. Ich stellte fest, dass ein Schriftzug hineingeschnitzt war, aber es war keine schlampige Arbeit. Es waren Holzarbeiten, die von Künstlerhand geschaffen wurden. Die Rückseite war mit kunstvollen und aufwendigen symbolischen Mustern verzehrt. Sie waren fast stammesgeschichtlich, aber alles andere als vertraut. Das einzige Wort auf der Vorderseite war Englisch oder Spanisch. Ich hatte es noch nie gelesen. Dennoch erinnerte es an etwas aus dem Lexikon, über das ich vielleicht schon vor Jahrzehnten gestolpert war. In Großbuchstaben lautete es... Carcosa. Oben und unten umrahmten violettblaue Kristalle das Wort, die im Holz steckten. Sie schimmerten im Licht der aufgehenden Sonne. In diesem Moment hörten wir den Schrei. Es war ein Schrei, und ich erkannte ihn als Strickland Stimme. Wir stimmten nach unten. Rockwell trat die Tür ein, als wir sie verschlossen fanden. Was ich dann sah, wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Er lag im Todeskampf. Strickland lag immer noch auf seinem Bett. Er lag auf dem Rücken. Gelbe Algenranken hatten sich wie Seile um ihn gewickelt. Trotz des viszeralen Schreckens, den ich empfand, zwang mich, mein ständiger Gebrauch von deduktiver Logik dazu, die Szene zu analysieren. Ich versuchte herauszufinden, wo die Algen in seine Hütte eingedrungen waren. Als ich nach Norden blickte, sah ich, wie die lebende Masse durch einen zerbrochenen Teil seines Fensters gekrochen war. Teile des Seetanks hatten sich durch seinen Bauchraum gebohrt. Die Alge, die seine Mitte zerstückelt hatte, hatte ein krallenartiges Ende. Die scharfen Ausstülpungen ihres Kopfes bildeten ein Maul. Pusteln, Schorf, Läsionen und bösartige infizierte Schnitte übersähten seinen Körper. Rückzug! Sagte Rockwell, nachdem er auf den Boden gezeigt hatte. Die Algen kamen auf uns zu. Rockwell schneidete sein Gewehr ab und zielte. Er feuerte. Als ich die Projektile sah, erkannte ich, dass es eigentlich Gummikugeln waren. Jedes Mal, wenn eines von ihnen das kriechende Plankton traf, schien es zu mutieren und sich zu verrenken, um aus dem Weg zu gehen. Trotzdem bewegte es sich in unsere Richtung. Ich wich weiter zurück. Als ich mit der Schulter gegen die Wand stieß, bemerkte ich einen großen, schlitternden Algenbrocken über meinem Kopf. Na los, zum Kajak! Sagte Rockwell zu mir, während er mich den Gang hinunter und zurück auf das Hauptdeck schob. Er wirbelte herum und feuerte weiter, während er rückwärts ging. Er schrie die ganze Zeit. Erst als er nachlud, hörte er mit dem Kriegsgeschrei auf. Als wir im Kanu saßen, reichte er mir das Paddel und sagte mir, ich solle uns Land einwärts bringen, als hinge unser Leben davon ab. Und das tat ich, und wir erreichten das Ufer innerhalb weniger Minuten. Rockwell hatte ein Notfalltelefon, mit dem er das Hauptquartier anrief. Es dauerte drei Stunden, bis ein Rettungshubschrauber kam und uns abholte. Ich sah zu, wie das Pulver in den Fluten versank. Als ich wieder zu Hause war, duschte ich ausgiebig und warf ein paar Schlaftabletten ein. Ich schlief zwei Tage lang durch. Nachdem ich wieder zur Arbeit gegangen war, ging ich in das Büro von meinem Chef. Ich sagte ihm, dass ich nichts mehr mit dem Forschungsprojekt zu tun haben wollte. Sie werden degradiert. Ja, ich werde sie hinnehmen. In den folgenden drei Tagen erlitt meine Karriere einen härteren Schlag, als mein Chef überhaupt prophezeit hatte. Ich verließ das Unternehmen ganz und gar. Sie boten mir etwas an, das sie als Quereinstieg bezeichneten. Doch in Wirklichkeit handelte es sich um eine Stelle als Coolie in Ohio, bei der ich Excel-Tabellen organisieren sollte. Ich lehnte ab. Bis zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung, was Strickland wirklich umgebracht hat. Ich weiß nicht, was dieses Ding war oder wie man es einordnen kann. Mein Verstand hat mehrere fundierte Vermutungen angestellt. Ich habe an alles gedacht, von einer Bio-Waffe bis hin zu einem neuen Bakterienstamm. Es könnte ein Phänomen tief unter dem Wasser-Firmament gewesen sein. Ich hoffe, dass es nie über den Bereich des Todes hinausgeht. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht.